Herzlich Willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Allesschneider. Das High-End-Produkt in unserem Allesschneider-Test geht an den Gref C20 Star. Die Allesschneider der Classic Serie stehen wie keine zweite Gref Produktlinie für ihre überaus stabile Konstruktion und ausgezeichnete Produktqualität. Der Classic C20 ermöglicht es Ihnen mühelos eine Vielzahl von Schneidgütern, wie Brot, Wurst, Käse, Gemüse oder Obst zu schneiden. Der wartungsfreie 170 Watt Kondensatormotor der Master Allesschneider ist sowohl durchzugsstark als auch flüsterlöse für ein effizientes Arbeiten in der Küche. Dank des Wellenschliffmössers aus Edelstahl gelingen Ihnen bei jedem Schnitt perfekte Scheiben. Ganz gleich ob Sie harte Brotkrusten oder weichen Käse schneiden wollen. Der Schlitten mit Edelstahlauflage ermöglicht Ihnen durch die Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion eine komfortable, intuitive und zugleich sichere Bedienung des Gerätes. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Ritter E16 Duo. Beim Allesschneider E16 Duo Plus ist neben dem Wellenschliffmösser ein zusätzliches glattes Schinkenaufschnittmösser im Lieferumfang enthalten. Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird diese kleine Schneidemaschine mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Für den Kurzbetrieb wird der Schalter auf Position 2 gedrückt. Die Schneidgut-Auffangschale wird unterhalb des Rundmessers platziert, sodass darauf die geschnittenen Scheiben fallen. Der Schlitten des Allesschneiders E16 Duo Plus kann bei übergroßem Schneidgut oder zur Reinigung problemlos abgenommen werden. Die Schnittstärke ist von hauchdünn bis k20 mm präzise einstellbar. Durch die stufenlose Schnittstärke-Einstellung lässt sich das Schneidgut in appetitliche Scheiben schneiden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Allesschneider-Test ist der Emerio MS 125. Diesen Allesschneider kann man sehr platzsparend verstauen, da er zusammenklappbar ist. Ideal, wenn man wenig Platz in der Küche hat und den vorhandenen Stauraum optimal nutzen möchte. Dieser Allesschneider hat eine Tastensicherung verbaut, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Nur wenn beide Tasten zusammen betätigt werden, arbeitet das Gerät. Die Gesundheit der Kunden ist Emerio besonders wichtig, daher sind alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten, selbstverständlich BPA-frei. Dieser Allesschneider von Emerio wird in der EU produziert. Die Messereinheit kommt aus Deutschland. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.